So, hallo Leute und willkommen zurück zu Fave tut ihre Hand in den Bildschirm, nein, Mirror's Edge. Ähm, ja, beim letzten Mal waren wir im Hafen und haben da diese Cell, hieß sie, verfolgt. Äh, und dann sind wir auf einmal wieder hier. Ich hab den Sprung jetzt vergessen. Warum sind wir hier? Ich weiß es nicht, aber wir sind auf jeden Fall nicht mehr auf dem Boot. Gut, aber ich möchte jetzt zu Anfang erstmal was sagen und zwar, ähm, find ich's cool, äh, wie gut ihr mittlerweile oder im Moment an dem Gewinnspiel teilnimmt. Ich hab ja gestern, äh, das Special hochgeladen und jetzt in knapp 20 Stunden haben schon 10 Leute teilgenommen und, äh, ja, 6 neue Abonnenten sind dabei. Okay, 4 davon haben teilgenommen, 2 haben einfach so den Weg zu mir gefunden, danke dafür. Und, ja, das find ich cool, danke dafür. Kann ich nix weiter hinzuzufügen, das ist einfach cool von euch. Sehr schön. So, muss ich da überhaupt drüber? Ich glaub schon. Äh, so. App. App. Du musst weg von innen. Von wen? Ah, da. Ich seh's. Das sind doch bestimmt wieder die Taser-Kerle, oder? Ich wette es. Ich renne einfach. Klingt mir das Beste. Vor allem klingt mir, ja, klingt mir das Beste. Was ist das denn für eine Formulierung? Keine Ahnung. Äh. Komm ich da hoch? Nö. Ah, mein Rücken juckt. Äh. Das ist unangenehm. Ich muss zocken und mein Rücken juckt. Das ist doch scheiße. Nee, das geht doch gar nicht. Was soll das? Äh, da muss ich mich mal beschweren. Das ist, nee. Okay. Äh. Äh. Hau weg von mir. Was? Was, was ich heute rede? Hau weg von mir. Ja, das waren die Taser-Kerle. Das find ich scheiße. Komm. Wo muss ich überhaupt hin? Da hoch. Okay. Ah, da ist ja auch so eine rote Wand. Und da ist ein Zaun. Da will ich... Und bam. Und bam. So. Also. Jetzt habe ich zwar ziemlich einen Scheiß erzählt, aber ich musste mich gerade so ein bisschen konzentrieren, dass ich das noch irgendwie schaffe. So. Ja. Mhm. Ähm. Ähm. Soll ich da runter? Nein, da hoch soll ich... Äh. Er will offenbar, dass ich da runterfalle. Also lassen wir ihm den Spaß. Äh. Dumm. Ja, ich muss weg von ihm. Äh. Jetzt weiß ich ja ungefähr, wo ich hin will. Und natürlich ist er schon bei mir. Äh. Was wird... Mann. Dumm. Dumm. Ich mag die Kerle nicht. So. Dann. Es wackelt alles. Warum wackelt alles? Äh. Und das schaffe ich auch ohne das rote Teil. Hm. Wo war jetzt die Wand? Wo war jetzt diese dumme Wand? Okay. Da. Irgendwo da. Äh. Nein. Bei solchen Gegnern nutze ich dann auch gerne mal diese Cook-Funktion, wo ich hin muss. Ah, Mann. Ich kann die auch nicht angreifen, soweit ich weiß. Deswegen will ich es gar nicht versuchen. Die sind nervig. Okay. Okay. Hepp. Und hepp. Und. Darüber. Hupp. Hupp. Dann. Wieder hier lang. Und dann war das Ding da. Genau. Ah. Hier kommt man auch direkt hin. Praktisch. Hepp. Gut gemacht. Sehr, sehr gut gemacht. Jetzt bin ich doch wieder tot. Wegen dem scheiß Kerl hier. Wie weit hat der überhaupt Range? So ein Taser hat doch nicht viel, oder? Kein Plan. So. Wo muss ich jetzt hin? Da hoch. Hupp. Und. Kletter hoch. Ah, okay. Mioum. Bum. So. Äh. Tür. Tür klingt gut. Tür klingt sehr, sehr nett. So. Und. Aufzug. Wunderbar. Epp. Und meine Nase juckt. Was will mir denn heute alles jucken? Das ist doch schlimm. So. Was haben wir denn wieder für Werbung? Kelligen. Kenn ich nicht. Secure and Reliable Connections. Ist das ein iPod? Irgendwie sowas. Schon wieder Kelligen. Finis Coronad Opus. Hatten wir das nicht schon mal? Ähm. Hm. 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 Ein Fahrrad. Hallo Fahrrad. Bam. Hm. Checkpoint. Aber die Zeit ist noch gut. Wir haben noch. Hep. 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 Wer woanders deponiert. Klär dass sie krieg. Versuchen sie abzuschütteln. Deponieren. Deponiert ihr mal. Kein Problem. Entschuldigung. Ich habe so ein bisschen. Husten. In den letzten Tagen. Ne. Ich glaube das war nicht der richtige Weg. Ne. Definitiv nicht. Ähm. So. So. Ja ja. Deponieren mal. Ist mir egal. Ach so. Da muss ich lang. Ich sehe es. Wie komme ich denn da hoch? Einfach so. So. Bam. Ne. Hä? Ach. Ja. Ich stand gerade schon davor. Aber frage mich trotzdem wie ich da hochkomme. Das ist sehr schlau. Hey. Hopp. So. Dann. Runter. Hopp. Mann. Husten. Husten ist blöd. So. Was steht denn da? Giving the city the energy she needs when she needs it. Aha. Okay. Also der Stadt Energie geben, wenn sie sie braucht. Okay. Äh. Kein so toller Werbespruch finde ich. Ach. Ach der Konvoi. Genau. Äh. Komm ich denn jetzt. Hä? Äh. Okay. So. So denke ich mal ist das gedacht. Genau. Okay. Hopp. Und. Stange. Schön an die Stange. Wo sonst. Hopp. Und was ist das? Ein Kran. Ach so. Okay. Äh. Hopp. Oh. Oh. Das war knapp. Willi go. Willi go. Nein. So ich denn jetzt. Äh. Ist aber sehr eigenartig was man hier verlangt. Wo muss ich jetzt hin? Okay. Der ist böse der Sprung glaube ich. Ah. So. Okay. Geschafft. Und hier runter. Abrollen. Und Tür. Bam. Hallo Ratte. Hm. Aufzug. Blub. Blub. All the news you need. Alle Neuigkeiten ihr braucht. Daily City. Aha. Das kann ich nicht lesen. Aber. Rainride. Vitamins and Supplements. Aha. Was sind Supplements? Keine Ahnung. Das Gewehr ist also oben. Stimmt. Ich musste. Genau. Ich musste die Schwester aus dem Konvoi retten. Das hat er doch gesagt beim letzten Mal. Ich mein schon. Hier ist irgendwo ein Koffer. Da oben. Hopp. Hm. Sehr gut. Achso. Okay. So. Hopp. Ah. Da ist er doch. Koffer. Warum auch immer ich die sammle. Keine Ahnung. Gut. Ich glaube. Das war jetzt so ziemlich das komplexeste Klettersystem im ganzen Spiel. Das wird jetzt ewig dauern. Wenn ich nicht gerade einen Geistesblitz habe und wieder weiß, was ich hier tun muss. Aber habe ich gerade nicht. Deswegen wird es jetzt ewig dauern. Aber was sollt's. Man hat's ja. So. Und. Und. Hopp. Ja. Ja. Genau. Mach einen Wall Run an der Stange. Genau das habe ich mir auch gerade gedacht. Äh. 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 Achso. So ist das gedacht. Okay. Dann. Hopp. Ja. Ja. Kein Problem. Äh. Erinnert mich gerade so ein bisschen an die Assassin's Creed Steuerung. Ezio macht auch nie was er will. Äh. Was man will. Was er will macht er oft. Aber nicht was der Spieler will. Ja. Ja. Von mir aus halte ich auch da fest. Was macht sie denn? Ah. Dumm. So. Kann ich auch direkt darüber? Ja. So jetzt mach hier so ein. Genau. Wunderbar. Äh. Kann mir nicht schützen. Ne. Hatte ich jetzt irgendwie so eine Erinnerung. Was ist das denn eine Feder? Was ist das? Auf jeden Fall hat es sich in den Boden geglitscht. Äh. Was musste ich hier tun? Was musste ich hier tun? Das auf jeden Fall nicht. Hm. Ein Müllsack. Warum auch immer ich den jetzt so wichtig fand. Okay. Hier rüber. Da rüber. Und dann da hoch oder auf die andere Seite? Hm. Ich glaube hier gibt es nichts. Okay. Dann muss ich wohl da lang. Auch wenn das gewagt aussieht. Hep. Ja genau. Fang schon mit dem Wallrun an. Kein Problem. Hep. Wow. Ist mal beinahe zu weit. Dann. Der nochmal. Den hatten wir schon. Hm. Wo wir jetzt hin? Also da. So komplex war es gar nicht bis jetzt. Aber mal sehen. Ich wette ich falle noch irgendwann runter. Vor allem jetzt. Weil ich es gesagt habe. Dass es noch nicht so schwer war. Muss ich da dran? Ich denke mal. Hm. Ich bin in der Tat runtergefallen. Ja. Kann man so bezeichnen. Dumm. Ich muss das ja sagen. Muss ich hier so hoch? Aber dann komme ich doch nicht da rüber, oder? Hör. Boah. Nee. Das ist so glaube ich nicht gemeint. Einfach so da hoch springen wäre auch eine Idee, ne? Geht auch nicht. Hm. Dumme Stelle. Was soll ich hier machen? Oh. Halt dich doch fest. Was soll die Scheiße? Hä? Hep. Sie ist zu blöd. Ich will sterben. Ich will auf jeden Fall... Danke. Gut. Ich will nicht nochmal da hochklettern müssen. Ich wollte jetzt sterben. So. Wie soll das gehen? Nein. Mann. Sag mir das einer. Ich verstehe es nicht. Vielleicht hier so... Mit Magie. Zu weit laufen. Und so. Warte. So? Ah. I know. I understand. I... What weiß ich. So. Darüber. Ne. Oder? Oder doch. So... In etwa nicht. Ach, Mann. Mann, 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 Mann. Das ist... Wahr. Ich musste sagen, dass es läuft, ne? Das ist immer... Was mache ich jetzt schon wieder? Das war doch falsch. Ich bin... Ich bin... Dumm bin ich. Dumm, 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 dumm. So. Und eigentlich will ich jetzt entweder zum nächsten Checkpoint oder hier Schluss machen. Weil ich will das auch noch hochladen. Und wir haben jetzt... 15.50 Uhr. Das heißt, es dauert noch ein bisschen, bis das hochkommt. Aber ich weiß nicht, wo der nächste Checkpoint ist. So. So. Rüber. Da hoch. Da rüber. So. So. Wie hoch ist das denn noch? Wo muss ich denn hin? Da. Ähm. Na gut. Ich würde sagen, ich mache hier Schluss, weil die Folge wird zu lang. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.